Steps Bei uns? Einer ist über uns Er ist Ernsthaft? Irgendeiner von uns oben ausgelockt? Äh, ne Ich weiß nicht ob einer hochgedrückt wurde, aber Ich bin nicht bewegend, wenn einer von uns spawnt Ok Ja warte, ich bin ja nicht drin Hier liegt auch ein toter Zombie Ok, bin er gelockt? Bin auch da Ok, wir machen direkt hochpushen, damit er nicht viel Zeit zu reagieren hat Ok Ok 3 2 1 Go Los, 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 laufen, 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 laufen Der hört jetzt, oh, der Reifen liegt so behindert Boah, komm rein So viel zum Thema hochpushen, Alter Lukas bleibt direkt auf die Treppe stehen Ja, ja Hab ihn auch, hab beide Nice, Lukas, nice Warte mal, oi, oi Ich blute, leg dich hin und so Ja, ja, ja Lass mich rein, lass mich durch Ich save Tür Ja, ja, komm, ja, mach doch Ja, stimmt, voll rum Ich bin nicht da Gecheckt, Alter Ich muss mich kontagieren Die sind Äh, ist ja geil, Alter Geil hochgepusht, Lukas, echt Hammeraktion Ah, no, MT, der hat direkt aus Heftige Aktionen hier grad Äh, ich dürfte nicht mehr die AK Ey, ne halt, Lukas, hast du ne AKM? Nein, nein Nein, ich weiß nicht mehr Aber jeder Typ hat eine M4 Die hab ich jetzt Ähm, der hat noch ne UMP Nur Äpfel Aber der hat auch nur einen Make, also der hätt ich auch nichts Also Blue hinter uns ist Closed Nur so ist UMP Aber ich würd die in die Hand nehmen Dass die hier drin campen Oh, nicht schlecht Wir entloggen uns ein Und die Leute in dem Haus, ey Heftig Oh, der hat ne AKM mit PSO So, halt Ne, ne, das ist ne 1, 2, 1, halt mal Kann sein, dass hier auch irgendwelche Haben die zurückgeschossen, Lukas? Ja, der eine hier Der zweite, meinst du? Ja, der erste Gelitten Der erste war überrascht Der zweite hat's dann gepeilt Ja, der erste hat sich mal gepeilt Dass er grad die dritte hochkommt Er hat irgendwie zu uns geguckt Ich hab ihn gesehen Und Lukas hat direkt draufgeschossen Würf mir nicht zu lange sein, Jungs Ihr wisst, Alter Die sind doch nie alleine Ich bin fertig, ich hab jetzt die AKM Ich hab dann irgendwie ein Bei dem hast du alles geschossen Steps Von außen kommen die Zombies, oder? Ja, ja, ja Ne, ne, von außen Schnelle Steps Ich save die Tür unten, Jungs Äh, die kommen von hinten, glaub ich Die sind jetzt hinterm Haus Neben dem Haus Aber nicht schubsen Aber nicht schubsen, bitte Die kommen jetzt Ja, die kommen jetzt Ja, was ist, wenn... Was ist, wenn die Granaten hauen Ja, dann... Die schießen hole in die Tür Die schießen, die Tür ZOMB.. Ich war gar nicht abgeschüttet Na, danke Jetzt kommen Zombies aber auf Einer ist unten durchgepusht Aber du müsst die machen, wenn die hochkommen Ja, dann muss ich ja Und ich kann ja nochmal bringt zombies mit rein einer ist unten drin wenn die granate eine als wir drin also zwei sind Einer aimt hoch. Einfach kommen lassen. Wenn ich wegwerden, äh, Platz machen soll, dann musst du sagen. Nee, geht alles noch. Wenn sie so kommen, kommen sie. Einer pusht, einer pusht. Einer hat nur gepiekt. Die sind jetzt unten, kommen sie aber nicht mehr gut durch, weil da zwei Zombie-Leichen liegen. Nächstes Mal versuche ich zu schießen, wenn die piken wollen. Hinter uns wieder Steps. Also einer ist noch draußen, glaube ich. Oh nee, jetzt einer pikt wieder, einer pikt. Lukas. Jetzt ernsthaft. Alter, Lukas. Hast du aufgenommen, Lukas, das Ding? Alter, das musst du mir mal geben. Das will ich mal einbauen, Alter. Ich bin auch ein Flieger. Lukas macht einfach mal instant fünf Kills, Alter. Ich hab vier Kills. Alter, ich hab vier Kills. Alter, bist du verrückt. Häftig, Lukas. Echt heftig gemacht. Bist du das, Nico? Nein. Ach, so ne Höhe. Ja, die sind immer um den Dach. Gegner. Jetzt hab ich, jetzt join ich wahrscheinlich. Okay, die kommen gerade, pushen. Zwei Stück. Danke, Alter. Einer geht jetzt ganz hoch. Die gehen beide ganz aufs Dach. Ich hab beide gekillt. Nice. Ich hab beide gekillt. Aufspielzeit. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. drei Stück. Oh. Ich glaube, wir müssen doch einen kleinen Rückführer machen. Tut mir leid. Cool. Okay. Okay. Ja, ich hab schon die erste Sache noch leben dürfen. Ich hab schon die erste Sache noch leben dürfen. Ich hab einfach Freihand geschossen und ohne abzulegen. Oh Mann. Ja, ich hab ja noch ne. Ja, ich hab ja noch ne. Überhaupt in der Amstel gehen wollte. Falls hier alles schief geht. Ja, ich hab schon noch getroffen. Ich glaub, das ist eine Produktion. Oh, oh, oh. Direkt vorne. Ja. Ent Mach卸 Sie gerne. Nicht nur git mal eineilmaus. Äh. Sie push. Ja. Ich... Mir hieß doch um den Schafschutz. Ich hab gut bekommen. Ja. Ucklow. Also jetzt fimmst drei Mal a lanternisch rum? Ich push jetzt den mit dem Ritter, ja. Auch vergessen, dass wir nicht selbst in dem Haus leben. Auch das bin jetzt geblieben. Da oben war ich's mit Gilly-Kopf. Und ein Geld. Aber hier kommt einer von außen. Aber zwei. Mit dem Ritter. Ich hoffe mal, das war nichts. Ich zeigte. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.